Hallöchen und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Minecraft. Hier sind wir auf dem Multicube Server. Wir zocken heute eine Runde Survival Games, glaube ich, ja genau. Und heute nicht ganz alleine, sondern mit einem Freund, mit dem Alex. Hallöchen! Hallöchen YouTube! Hallo! Und wir voten gleich noch schnell, bis der Content zu Ende ist auf die Karte. Und wir machen... was gibt's mit... ...Colosseum, Floors, Streikshaft City, Colosseum. Ja, wenn es schon so viele Votes gibt für Colosseum, dann gehen wir gleich auf Colosseum. Mache ich Colosseum. Kennen wir auch. Bin gespannt, wie die Map aussieht. Ach, Colosseum, das ist meine altbekannteste Lieblings-Map auf diesem Server. Also in jeder Kiste hier. So, dann noch ein Class Selector. Class Selector, was könnten wir machen? Ich nehme, ich glaube, ich nehme Bowmaster. Bowmaster, ja, das hört sich gut an. Ja, da ist schon ein Spieler namens Weixer. Dann noch den Gorgot. Hallo, Gorgot. Kennen wir nicht. So, gehen wir mal weiter. Wo, was gibt's hier alles in der Anfangslogie hier? Bist der Countdown startet? Ja, es ist schon gestartet. Perfekt. Startet gerade. Und ja, das ist meine Lieblings-Map hier. Gut. Wo bist du, Alex? Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja. Trick 3, da hinten bist du. Ja. Hinter dir ist eine Treppe. Dort renn sofort nach oben, okay? Okay, perfekt. Renn in die Mitte und dann hol dir irgendwas und dann renn nach oben. Ey, ich renne gleich nach oben. Ich renne gleich nach oben. Ich probiere es nach oben, weil ich chase weil es aller rennen in die Mitte. Und ich probiere ganz nach oben zu rennen. Also, ich kenne die Map wirklich gar nicht. Wir schauen mal, was hier alles sein wird. Ich renne gleich. Alle rennen zu den Chess. Ich renne mal nach oben. Versuche mal Glück oben. So, ich habe Eisenhosen und eine Kettenrüstung. Okay, okay. Ich gehe jetzt in einen Turm. Ich gehe jetzt gerade in einen Turm. Ja, also in den Turmen findest du nicht wirklich was. Mehr auf diesen... Wenn du rausschaust, ist da überall so eine Wüste und dort sind solche Steinfelsen. Und dort rundherum sind meistens solche Kisten. Ich habe eine Ketten-Chase-Place für dich. Noch eine? Chase-Place. Warte, ich komme von meinem Turm runter. Oh. Es töten sich schon Spieler auf. Oh, jetzt habe ich richtig geschützt. Also, ich habe gar keine richtig gute Ausbildung, gar keine Waffen. Also, muss ich mich wirklich beeilen, damit mich niemand anfängt zu schlagen hier. So, also ich habe fast eine volle Rüstung. Nur einen Helm noch. Ich hole mir derweil die Kisten und... Ist schon alle weg hier. Nein. Hier noch eine. Nein, da ist eine Lederhose. Schlecht, schlecht. Die sollten... Das ist so. Ich habe einen Bogen. Ich habe so viele Lederhosen. Ich könnte gleich ein Latzhosengeschäft hier eröffnen, könnte man so sagen. So, ich habe Fahre. Perfekt. Wenn ich einen Bogen finde, kann ich schon irgendwelche Spiele abschießen. Ich gehe durch den Tunnel jetzt. Also, dort unten unter der Erde ist solche Tunnel. Dort gibt es mindestens drei bis vier Kisten. Perfekt. Ich habe eine Eisenhose gefunden. Ich schaue aber lieber um mich. Ich habe so eine Eisenhose. Nur einen Ketten-Jazzplate habe ich noch für dich. Okay, okay. Essen habe ich. Und ich habe ein Goldschwert. Perfekt. Perfekt. Aber ich glaube, wir treffen uns erst später. Ich möchte noch ein paar Sachen aufsammeln. Ach ja, und ich habe zwei Feuerzeuge. Also... Ich habe auch ein Feuerzeug. Ich brauche ein Feuerzeug. Also... Ja. Ja, ich würde es für dich mitnehmen. Ah, ich sehe zwei Spiele unter der Erde. So ein bisschen, als hätte die aufrichten. So perfekt. Ja. Und wir alle jetzt weitergehen. Jetzt schaue ich mal durch die Wüste hier. Vielleicht habe ich Glück und finde irgendeine volle Chest noch, die noch nicht ausgebildet worden ist. Ja, also auf dem Land gibt es sehr viele. Die durchsuche ich gerade. Warte, ich sehe da gerade eine. Öffne sie. Und ich habe was. Ich habe zwei Angeln und eine Lederjagg. Perfekt. Also ich habe schon... Ich brauche nur mehr Schuhe. Dann habe ich eine... Schuhe habe ich für dich. Leder. Aber ich kann dir auch eine Kettenrüstung geben. Ketten-Jazzplate. Die würdest du besser vertragen. Und Pfeile und zwei Gold habe ich jetzt. Also wir könnten uns, wenn du ein Sticky hast und in der Mitte könnten wir uns dann einen Goldschwert für dich bauen. Ja, aber dann bräuchte ich einen Sticky und ich... Doch, warte. Nein, nein. Ich habe einen Sticky. Ich habe einen Stock. Ein Stock. So. Ich habe eine ganze Rüstung. Bin voll ausgerüstet. Und ja, also ich glaube ich bin der beste Ausgerüstete auf dem Server. Was ist... Mucking-J? Was ist Mucking-J? Keine Ahnung. Oh, Pfeile. Yes. Jetzt habe ich 10 Pfeile. Yes. Das startet doch sehr gut die erste Aufnahme. Ja. So, ich habe schon eine Axt. Also mindestens eine Amateur-Nahkampfwaffe könnte man sagen. Die ein bisschen Schaden macht. Oh, ich sehe schon gleich einen Spieler. Das bist du, Alex. Das bin ich. Hallo. Hallo. So, also hier hast du mal was. Da. Perfekt, danke. So. Ähm... Was ist Brian? Gib mir das Gold. Ich kann... Feuerzeug. Eine Angel kannst du auch zum Nahkampfwaffe reden. Ach, was ist da Schuhe? Essen brauche ich nicht. So lange nicht. Ja, Gott. Das ist... Warte, so viel Essen brauche ich nicht. So. Keks. Ja. Aber eine Angel würde ich mich schon behalten. Die kannst du dann auch zum Angriff benutzen. Ich hab genug. Ich hab... Ich hab... Ich hab eins, zwei, drei jetzt. Ich hab jetzt zwei anderen. Und drei Stöcke. Hast du Schuhe... Ja, Schuhe hast du mir gegeben. Perfekt. So, ich bin jetzt ausgerüstet und ich denk mal... Gebraht. So. Hier hab ich jetzt. Okay. Dort vorne seh ich ne Chest. Wir haben keine Hypnotisier. Spider-Inversier. Oh, 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 oh... Du kennst dich hier aus? Was passiert jetzt? Ja, hier kommen solche Spinnen. Okay. Die musst du töten. Pau's gut auf. Mit den Spinnen... Von den Spinnen bekommt man auch Sachen. Aber es ist schon... Es kann schon passieren... Oh, 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 oh! Los gehen während die Spinnen kommen. So. Also komm... Komm mit mit. Geh nach oben. Und ich denk den Donner hier. So, ich komm. es leben fünf spieler fünf spieler davon sind nur drei gegner ja also ich denke mal wir gehen in die mitte und probieren wir mir ein schwer zu bauen ja ein goldschwert ist auch gleich kaputt also es hat schon die hälfte wieder runter gehen auch da unten haben schon zwei spieler gesehen aber kann man schon da haben wir ja wir haben was du brauchst du willst du einen gold hell und gold hell ja ja könnte warte so ich habe die goldschuhe genommen ich hätte noch einen chest gesehen ja hier so jetzt habe ich auch eine gold gold ein schutz und eisenbahnschutz ich kann mir eine pilzuppe machen zwei sogar gut okay okay damit sie sich verlieren das ist ein tunnelsystem also ich gehe lieber nach ich kenne das system ist schon sehr gut kompass links hier ist auch noch die wurde schon durchsucht also passt gut auf so hier nach oben weißt du wo ich bin ja ich sehe den armen bis du hoch kommst bewache ich ja was ich muss kurz was essen komm schnell warte ich muss kurz was essen bist du wieder runter gegangen ah da ok gut so wir können los gehen ich versuche mir ins tunnelsystem zu kommen aber ins obere wie ich gekommen bin und dann gleich in die mitte zu kommen weil ich mir das schwert bauen kann also hier ist überall wasser das ist nicht ganz schön gemacht oder ich gehe mal nach oben ja aber oben sind noch kisten nee das können wir machen aber wir brauchen müssen seine ausrüstung zu warte ich spiele ich sehe ein spieler so jetzt müsste wo dort dort sein name dort dort die schnitzte warte wo ist noch mal die sunden die wir sie angreifen kommen oh der hat einfach so bis dem anschwert weg 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 was ist pass auf pass auf pass auf pass auf er hilft mir hilf mir ich komme ich komme ich bin tot bist du tot nee aber ich brenne kannst du schaffen du kannst es schaffen nein bitte bitte wo ist das wasser wo ist das wasser ja ich habe sie überlegt ich lebe ich lebe noch ich lebe noch niemals verfolgt ich ich schaue ich schaue hinter dir ok der eine mit dem bogen rennt in deine richtung auto wo hat der es in der mitte es in der mitte also richtig spannend hier du kannst ihn von hinten angreifen er schaut gerade meine sachen durch ich hatte ich habe so ein halbes ich habe ein halbes herz ich mach es nicht mehr nicht ich habe gold warum habe ich habe ich den schwert bekommen also ich habe ich habe keine nachkampfwaffe und es beginnt gleich der ja da bist du ja ok neben dir ist einer mit der diamanten diamantschwert aber der ist von deinem distrikt er ist von deinem distrikt ok perfekt also wenn er nicht auf dich du kannst oft teilnock der ist von distrikt 8 gehen sonst gibt es niemanden nur ihrer wir sind beide in einem distrikt also wenn er dich angreifen würde wäre schon richtig aussie ich versuche den anderen ja also geh auf den anderen los ja ja er geht auch auf den anderen los gut 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 wollen die holen er hat er hat ihn gekillt er hat ihn gekillt ihr habt gewonnen er sei denn am distrikt er sagt den anderen so super let's play richtig das war richtig toll hier und dann wissen zum nächsten mal und viel spaß noch also für